Keine Schmerzen. Was spürst du? So eine Erleichterung. Alles klar? Ja. Gut, den oberen Bein gibst du mir jetzt. So, die Hand ziehe ich dir hoch und lechst die Schulter nach hinten faden. Genau so. Umarm dich. Perfekt. Dann normativ einatmen und ausatmen. Schön relaxed, genau. Hast du gespürt? Ja. Ineinander die Finger. Perfekt. Nicht zudrücken. Einfach locker bleiben. Das war gut. Okay, bleib so. Ja. Die Hände an die Wange. An die Wange. Warte. So. Ah, so. Genau so. Vorne die Brust schützen. Perfekt. Alles in Ordnung? Gut. Dann mal tief einatmen und ausatmen. Achtung, einmal hier noch. Alles gut. Jetzt? Ja. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen.